Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Informationsvideo auf einem Kanal mit eurem Brock meine liebte Community. Ja, Season 4 wird irgendwann in den nächsten 4 bis 5 Wochen starten und mit Patch 10.2.6 gehen dann auch nun ein paar Änderungen her. Es kommen die Nase wieder rein. Alte Raids werden wieder auf erweckten Status gesetzt, damit man den alten Raid Content nochmal laufen kann, um dort gute Beute zu bekommen. Man kann für seine Mythic Plus Abzeichen bessere Sockelplätze kaufen und man hat nun auch die Möglichkeit wieder einen neuen Funken zu erwerben. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch schnell und einfach hier in diesem Video. Ja, wir sind jetzt in Waldracken, sind wir hier angekommen. Wenn ihr euren Dinar einsetzen möchtet, müsst ihr hier ganz rechts außen, wo ihr dieses Buch seht, in diese kleine Höhle einmal reingehen. Seid ihr dort angekommen, findet ihr dann dort drei Händler vor. Da haben wir einmal hier auf der rechten Seite den Händler für die Gewölbe-Items. Zwei Dinars kann man da dann einlösen und damit kann man sich dann eins dieser Wunsch-Items hier zum Beispiel nehmen, wenn dort eins von euch für den Gewölbe persönlich zusagt. Dann haben wir hier in der Mitte quasi von dem Raid danach nochmal Waffen wie Aschkandur, den Rücken von Sarkarev, die Schmuckstücke natürlich auch ebenfalls hier wieder für zwei Dinars einkaufbar. Und zu guter Letzt natürlich auch hier für die legendäre Aufwertungsschuppe der Wecken. Hier kommt nun die Sache jetzt ganz, ja, ob man das bitter sieht oder nicht ins Spiel, denn ihr braucht insgesamt, um eure legendäre Axt auf eine Stufe des Maximums zu heben, drei ganze Schuppen der Erweckung. Das heißt, ihr müsst hier komplett erstmal auf andere Items natürlich verzichten. Ihr könnt nicht euren Bisshals wählen, ihr könnt auch in dem Augenblick nicht eure Best im Slot Schmuckstücke dann kaufen, sondern habt nur die Möglichkeit erstmal dreimal hintereinander, dann jeweils zweimal die Dinars zu verwenden, um dann im späteren Verlauf, wenn ihr die Waffe dann aufgewertet habt, euch dann zu entscheiden, welchen Ring, welche Schmuckstücke etc., wenn ich diese noch nicht bekommen habe, möchte ich dann nun hier für meine Dinars käuflich erwerben. Dann geht das Ganze natürlich so mit einher, denn es sind ja wie gesagt immer nur Erweckte Rates, das heißt immer nur bestimmte Rates, wie jetzt hier zum Beispiel sehen wir jetzt, ist Erweckt, das heißt auch nur innerhalb der Gewölbe der Inkarnation bekommt ihr bessere Beute. Wenn wir jetzt hier reingucken und gehen dann auf Beute, dann haben wir hier schon alleine auf Mythisch beim ersten Boss wären die Schultern 519 und wir gehen, wenn wir Razzargev gehen, hätten wir die Waffe hier auf Max Mythos auf 428, das gleiche natürlich auch auf HC, dann ist sie ein bisschen niedriger, Erweckt heroisch und dann geht das weiter, Erweckt normal oder natürlich auch Erweckt für den Schlagzugsbrowser. Alle anderen Rates sind dann dementsprechend nicht hochwertig, das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel jetzt den Aborus laufen würdet, auf Nichterweckt, wie ihr seht, dann wäre die Itemlevelstufe hier 441, auf Mythisch heißt, ihr werdet jede Woche immer einen Raid auf Erweckt laufen, erste Woche wird dann hier mit Gewölbe anfangen, dann Aborus und dann wieder Amidrassil. Ja, ist halt ein bisschen doof, ihr könnt dann halt nur einmal die Woche natürlich die Chance auf die jeweiligen Items im Raid haben und auch nur jede Woche einmal die Chance, dann natürlich das Ganze in der Vault zu bekommen. Habt aber, wie gesagt, dann halt im späteren Verlauf, sofern ihr nicht jemand noch seid, der gerade legendäre Sachen farmt, könnt ihr euch für euren Dinar hier drinne dann eure Schmuckstücke einfach erwerben, einfach hier anklicken, sagen, okay, der Ring ist zum Beispiel bis oder die Waffe oder das Schmuckstück und könnt das dann für zwei Dinars erwerben. Nun gehen wir weiter und zwar zum Thema, ja, wie bekomme ich denn nun überhaupt meinen nächsten Funken, um meine Items auf ein nächstes Level zu craften. So, ihr möchtet nun mit eurem Funken natürlich auch eure Best im Slot Items, Seins Elementarschleife und Co. natürlich auf das nächste Level bringen. Dazu müsst ihr einmal hier unten in der Mitte von Waldracken an den Brunnen gehen. Dort haben wir dann diesen netten Charakter hier und dieser gibt euch eine Quest. Dieses ändert sich immer mal wieder, von Woche zu Woche müsst ihr immer wieder unterschiedliche Aufgaben erledigen. Hier können wir dann die Quest auswählen und dann wird die hier auch angezeigt. Da ist der Funkeln und außerdem bekommen wir eine Truhe für die erweckten Stürme. Er enthält eine zufällige Champion-Ausrüstung, Gold und Materialien zur Aufrüstung Verbesserung. So, wenn wir diesen Funken jetzt in der aktuellen Woche haben möchten, dann steht ihr, helft der Tusker beim gemeinsamen Festmahl den Maruk bei einer Jagd und unterstützt die Rückeroberung der Drachenflugfestung. Das ändert sich auch hier jeweils dann wieder von Woche zu Woche. Habt ihr immer wieder unterschiedliche Aufgaben, wie zum Beispiel, denn hier müsst ihr eine Superblüte machen, müsst einen bestimmten Timeriss abschließen. Ihr habt ein paar Aufgaben mehr, die ihr machen müsst. Einmal pro Woche dann für diesen Funken fest annehmen, diese dann abschließen und dann hier abgeben. Dann bekommt ihr den neuen Funken, bekommt die Truhe mit Ausrüstung ETC automatisch mit. Und nun gibt es natürlich eine Sache für die Weekly Chests und dann sind wir auch schon wieder durch. So, ja, jeder von uns kennt es. Wir füllen hier irgendwann in der Season die Kiste und benötigen einfach keine Items mehr und wählen uns dann hier unten nämlich das Abzeichen aus, um damit natürlich Sockelplätze ETC zu kaufen. Auch da hat Blizzard ein bisschen für, ja, was Positives gemacht. Wie wir nämlich sehen, brauchen wir keine sechs Belobigungsabzeichen mehr, sondern nur noch drei. Das wiederum bedeutet, haben wir die Kiste gut gefüllt, können wir am Ende des Tages, gerade am Anfang ist es dann natürlich relativ praktisch, wenn wir noch nicht alle Items mit Sockel haben, statt einem Sockel dann pro Woche sogar zwei Sockelplätze mit Items belegen. Was ich persönlich sehr gut finde, aber auch dahingegen natürlich hat man dann relativ schnell alle Items gesockelt und hat natürlich irgendwann auch die Vault einfach so weit gefüllt, dass man die nicht braucht. Anderweitig kann man natürlich auch, wie gesagt, Flugsteine für ein Belobigungsabzeichen holen. Ein bisschen Gold, man kann Drachenwappen oder man kann sich, wenn man noch Wurmwappen braucht, für zwei Abzeichen, auch jeweils nochmal 15 erweckte Wappen des Wurms kaufen, um diese dann natürlich gerade am Anfang wieder einer Season, um seine Items schneller abzugraben. Wenn man sagt, okay, die Vault war mega shit, dann kann man sich hier auch, wenn man die Vault vollgemacht hat, einfach nochmal 45 Abzeichen des Wurms für jeweils zwei Belobigungsabzeichen kaufen. Ja, das war es auch schon mit den kurzen Informationen. Einfach mal ganz schnell kompakt zusammengefasst, was ändert sich, wo könnt ihr gucken, wie müsst ihr was machen. Ich hoffe auf jeden Fall, die kurzen Informationen haben euch gefallen, haben euch ein bisschen weitergeholfen, werden euch den Start in die vierte Season erleichtern, dass ihr nicht lange hin und her rennen muss, suchen müsst, wie, wo, was, sondern dass ihr ganz schnell zu eurem Ziel kommt. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Solltet ihr das Video rechtzeitig sehen, dann wünsche ich euch und eurer Familie natürlich frohe Osterfeiertage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, bleibt munter. Solltet ihr das Video nach den Osterfeiertagen entdecken, dann wünsche ich natürlich euch, euren Freunden und eurer Familie viel Gesundheit. Möge es ihnen immer gut ergehen. Und wieder viel, viel lieben Dank natürlich für die Liebe auf diesem Kanal, für den ganzen Support auf alle Fälle. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung noch zwei Videos, wenn ihr die angucken möchtet. Einmal, welche Dungeons kommen und welche Nerfs werden wie hart ausfallen, falls ihr daran noch Interesse haben solltet. Ansonsten könnt ihr jederzeit gerne jetzt oben rechts oder unten ein Abo dalassen auf kostenloser, freier Basis. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden rund um das Thema World of Warcraft, Tipps, Tricks, Guides und Informationsvideos. Würde mich auf jeden Fall natürlich sehr freuen. Auch in der Videobeschreibung befindet sich mein Twitch-Kanal. Wenn ihr gerne live dabei sein möchtet, wie ich Content mache, Fragen stellen möchtet, könnt ihr das Ganze natürlich jederzeit live machen. Ansonsten schreibt mir gerne rein in die Kommentare, wie gefallen euch die Änderungen natürlich mit dem Dinar, dass ihr zum Beispiel drei Dinars benötigt erstmal. Das heißt, einige Wochen hängt ihr hinterher, wenn ihr nicht gerade Glück im Raid habt und eure Best im Slot-Schmuckstück im Raid oder in der Vault bekommt. Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, gefällt euch die Dinar-Änderung, gefällt euch, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Content machen müsst für eure Abzeichen. Und natürlich, wie findet ihr es auch, dass das mit dem Belobigungsabzeichen hier nun ein bisschen angepasst wurde und man schneller hier und da an die Gegenstände rankommt. Schreibt gerne in die Kommentare, bleibt gesund, bleibt munter. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.